Musik Für Medea habe ich mit einem Instrumentarium aus Gongs, Glocken und Schlagwerk komponiert. Musik und Sprache wechseln sich gegenseitig ab. Eine ritualisierte Form entsteht. Du bist klug, du bist stark. Du rufst Geister und besprichst den Mond. Dich hat die Mutter gelehrt, aus Kräutern, aus Steinen einen Trank zu bereiten. Sprich, rette, rate, hilf. Gib uns nicht preis, unseren Feinden. Musik Argonauten nennen sie sich. Musik Weil Argo, sie trägt das schnelle Schiff. Musik Was das Hellenenland an Helden nährt. Musik An Tapfern vermag, sie haben's versammelt. Musik Hilf Medea, hilf meine Tochter. Musik Die ihr einhergeht, im Gewande der Nacht. Musik Und auf des Sturmes Fittigen wandelt. Musik Denen der Entschluss, gefällt und die beflügelte Tat. Und die beflügelte Tat. Musik Euch, ruf ich an. Musik Wir springen fast zwei Stunden ans Ende des Stücks. Die drei Schauspielerinnen, die abwechselnd mit ihr gespielt haben, richten gemeinsam den Schlussmonolog an Jason. Musik 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 Wo hast du meine Kinder? Meine sind's. Wo hast du sie? Sie sind an einem Ort, wo ihnen besser ist als mir und dir. Tod sind sie. Tod. Dir scheint der Tod das Schlimmste. Ich kenn ein noch viel Ärgeres. Illender sein. Hättest du das Leben höher nicht geachtet, als es zu achten ist. Uns wär' nun anders. Was ist der Erdenglück? Ein Schatten. Was ist der Erderuhm? Ein Traum. Du Armer, der von Schatten du geträumt. Der Traum ist aus. Allein die Nacht. Noch nicht. Halen die Nacht oder den Tag auf einmal reparieren? gadgets bis w Vielen Dank.